Untertitelung des ZDF, 2020 Du suchst einen Hexer? Jemanden, der einen Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für einst? Groß, böse, hässlich. Hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgird von Evarek. Der ist der Auftraggeber. Mein Papa ist Hexenjäger. Er jagt Alte Schatten. Hängt ihr um, wie die Fliegen an der Scheiße, statt näherliche Arbeiten anzugehen? Hey! Hey! Untertitelung des ZDF, 2020 Komm jetzt. Heia! Mögen Sie ihn treffen? Meine Damen und Herren. Los, los! ¡Suscríbete al canal! Los, los! Das bekommt man hier nicht zu sehen. Die schlüpfen nur in den einöden Sirikaniens, aus Eiern, die von Hähnen gelegt wurden. Dieser Basilisk ist interessant, weil er genauso wie ein Wyvern aussieht, wenn er jung ist und nicht gut genährt. Du sprichst wirres Zeug, Herr. Das hier ist der echteste aller Basilisken. Richtig, was weiß ich schon. Ich bin ja nur ein Hexer. Moment mal, wenn das ein Wyvern ist und kein Basilisk, wofür habe ich dann bezahlt? Gib mir mein Geld zurück, Betrüger! Tapfere Soldaten! Nicht drängeln, sonst... Vorsicht! Gleich auf! Jetzt! Gemeinsam! Er ist ein schneller Teufel! Wir müssen auch nicht verrufen, sondern wir müssen nicht weitergehen. Der Schritt war auf dem Weg. Was weiß ich nicht? Wir müssen verruf es. Wir müssen uns ein bisschen schütter und schütter und schütter machen. Tschüss! Wir müssen uns die Zutaten! Es sieht so aus, als wäre der Käfig genauso falsch gewesen wie der Basilisk. Der Mann, den wir treffen wollen, wartet sich ja schon. Lang lebe Radulit! Mein Kontakt sollte hier sein. Streitlustig, wie?